Warte, warte Abschieß, 600 Meter war ziemlich genau Receiving, da bin ich da Er fährt nicht Warte, warte mal, wobei Nein, doch, der kann fahren Warte mal Er hat zwar, fehlt zwar ein Reifen, aber der fällt ja auch nicht Wenn du ihn ausbauen kannst Der hintere links fehlt, also Ja, ich kann einen ausbauen Irgendwann kann ich ausbauen In die Mitte, hier irgendwie Right back, right front Mann, mittel auf meinem nicht, ey, das hat behindert Nein, anderen sind grün, sind Ah, warte mal Warte mal Warte mal Da ist doch ein Reifen drin Da ist ein Reifen drin Ja, ich sehe es gerade auch Ja, das hat er alle Also musst du nur vor, wobei Ne, reicht immer noch nicht Wieso, hat der zwei Reifen kaputt oder was? Ah, der hat zwei Reifen kaputt Ja, ja, deswegen Right front, right back Ne, reicht nicht, die mittlere Beine kannst du nicht ausbauen Ne Keiner, habt ihr keine Toolbox Ich hätte eine Toolbox Warte mal, gehen wir mal kurz aus dem Weg Mach mal den vorderen fertig Was? Mach mal den vorderen Reifen fertig Äh, meinst du, da steht gerade iPorn Noobs an der Seite des Trucks Auf der Beifahrertür steht ja iPorn Noobs Äh, ja Äh, und guck mal auf deinen rechten Arm Ja Wie geil ist das mit so'n Gladeck rumzulatschen, Alter Wie gesagt, mach mal den vorderen Reifen fertig Sollte eventuell dann trotzdem funktionieren Der Satz mir ist gerade ein bisschen so aus So Wie geil ist das denn, ey, ohne Witz Right, right front, ne? Ja, right front Äh, ne, äh, doch, right front Ja, stimmt, left, okay, aber trotzdem front Äh, okay Ist immer noch ab Ist immer noch ab Im roten Reifen ist der dann Okay Ist nicht left front repariert Doch, hab ich Hundertprozentig L-L-F hab ich repariert Jawohl, da ist keiner dran Im roten Ja, hier ist auch kein neuer blauer Ach, gut Fuck Immer noch die beiden einblauen Selbst wenn ich den anderen repariert hätte Da hätt ich ja trotzdem dann irgendwie weit blau ist Noch im zugezogen blauen Und dann, äh Laufen wir Haben wir ja keine Wahl So, wollen wir mal zum Planen? Müssen wir ja in die Richtung, ne? Wie sind wir denn da? Ja, ich markiere mich schon mal die Sorgern Ja Da war der Plan noch mal kurz nach Ja, jetzt hat er in der richtigen Position gewesen Gerade war das so hinten rechts im Surround so Ja Ja, gewinnt das nicht hin Ja Headshot Ja Hm Ja Jetzt muss man hier Stimulieren nicht wieder voll Ne Weil doch irgendwie schon Bei mir nicht Bei mir nicht Ich hab die drei Magazine für die MK-Mod habe ich alle auf so 3 Viertel oder Sollte nicht Ich hatte ja ein paar Schuss weggehauen Um den LKW kaputt zu schruten FNFL, ANP, SV4 Also ein Night Machine Ja, super Auf den sind wir aber, weil es irgendwo eh nie gedacht ist Hm 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 Zünder Nichts Zünder Zünder Nichts Zünder 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 WKM Und weißer, willst du die Fall nicht haben? Oh, die FNFL Zünder Zünder Ich hab ein Morphine 1, 2, Morphine Ok, das reicht Ich kann aber mittlerweile immer nur noch Night Vision oder wo die FNFL oder so Ich meine schon Wisst du nicht, dass die FNFL ist mittlerweile So So, meine Erklärung ist da 800 Meter Da so an Ich halte es mal Ich muss nur ein Zünder Naja äh Ich muss immer Tür Ich muss immer Ah, sie haben Einen So So Ja Boah ist da war ein bisschen hoch kuschelig voll Ich hätte ja schon fast gesagt, wir gehen irgendwie auf eine Erhöhung vom Berghaus. Wir haben ja beide Sniper eigentlich gebrochen. Ich frag mich gerade, ob auf dem Rücken auch ein Symbol zu sehen ist, aber ich glaube nicht. Aber schon cool, allein dass man es auf dem rechten Arm hat. Wie geil ist das? Und auf der Beifahrertür, wenn man im Auto sitzt. Ich gucke gerade so. Alle Autos markieren. Ja, leider ist das ja nur so lange, wie man drin ist. Aber trotzdem einfach nur geil. Das ist echt cool. Wüsste ich echt nicht, dass das so eine Auswirkung drauf hat. Ja. Da steht ein Auto. So? Ein SUV mit einem Reifen zu wenig. Oder vielleicht zwei. Ich sehe nur gerade einen, er ist kaputt auf jeden Fall. Sonst noch etwas. Es wäre nur ein Reifen gewesen, ja. Hm. Tja. So ist er. Ja. Sehr, sehr gut. Ging ja. Ging ja. Ging ja. Ging ja. Böde Äste. Super nervig. Na, da war ein Schuss. Ja? Nein, der B ist zu Hause. So ist es von der Richtung her. Ah, ich will den nicht wieder laufen. Komm schon, hier ist es doch nicht so steil. Geht doch. Ach, hier geht. So. Einmal wirklich hingesetzt. Fertig für den Ambush. Willi? Ja. Nordöstliche Richtung. Ja. Also da. Kann man ja da reingucken, ne? Kannst du ja gar nicht reingucken, ne? Von oben. Wo war da viel mehr da hin? Äh. Ja. Von hier aus nicht. Ah, da oben! Der ist an der Seraya oben. Ganz oben. Alter. Alter, Alter. Oh, nee. Jetzt waren die da. Echt. Ja. Alles drauf. Ja, komm. Post flying at shopper all right. Das ist nicht über A2, aber netter Versuch. Hier ist kurz hin. Wenn da einer wäre in dem kleinen Bereich, könnte man was machen. Aber sonst. Ja, nicht. So, ich kann etwas reingucken. Ich bin neben dir. Ich nix. Ich ändere mich in die Waffe. Wo ist sie da? Ich laufe nach Norden, von uns aus gesehen, links. Zum Norden, dann zu Reika. Okay. Ja, ich kann noch nichts sehen. Ja. Hm. Da gibt es auch da, da gibt es noch mich hier. Ja. Hast du nie wegen uns was? Ja, ich hab gerade eine, ich so... Da kann das so sein, ne? Ja, alles. Da kann ich nicht mehr. Ich komm mal dran. Oh, ich komm mal hier rein. Ja, ja. Die Starnatmitte brauchen wir nicht. Ja, da kann man ja. Ja, ganz so kurz hab ich es. Nicht wohl drin sein. Steht, Zambys. Mann, hier. 16 A-Zog. M4-3-C2-O. Hau ab, Zambys. Warum sollte ich euch nicht spielen? Äh, Zambys. Ihr seid sehr nervig heutzutage. Ja. Ich weiß nicht, da ist ein Headshot drin. Ich brauch halt neue Muni für meine M9, ey. Wir müssen mal ins Spiel finden. Ja. Zittern. Vielleicht noch einer irgendwas. Äh, äh. Was sagst du? Bandage. Oh, das klingt ja nicht. Ja, damit... Was soll das jetzt hier? M4-1. Okay. Ja, weiter hoch zur Base. Mhm. Ich bin dann, außerhalb der Base, lauf grad Richtung Straße, nur so, hier in die Hande rein. Wenn ich die Waffe wieder wechseln möchte, okay. Ich bin zwar ein bisschen kürzlich jetzt hier. Keine Ahnung, okay. Ich bin in der Bunker. Äh, gut. Da sind wieder welche. Und der ist auch im Bunker. Boah, diese Leute, die da unten rumhocken, ne? Ganz schlimm. Das sind die richtigen Pro-Seiten, ob wir jetzt machen. So. Bist du da? Ja, Augen gegen den Augen, ne? Oder? Ja, ich hätte ja gewartet, dass du da bist. Ach so! Ich bin schon los. Ich bin schon los. Ich gehe nicht um den Staat und warte. Guck mal, warte. Ich warte immer auf dich. Was willst du eigentlich? Das wüsste ich. Ich bin nur ein Stück hoch. Meter oder so. Neben der Straße, wenn ich trage. Pfeil. Verdammt. Alter, hat er da geschossen, ne? Seit vor uns. Kannst du nicht mal entscheiden, Charakter? Schnell laufen, langsam laufen. Ach, hilft nix, ich muss vergessen. Und ich werde trinken. Mounten, du. Mal essen. Hm, hab ich gleich. Trinken hab ich noch einmal. Essen hab ich noch eine Dose. Oh, halt. Äh. Bist du? Zehn Meter über da, wo ich gerade war. Kann ich dich gerade absolut nicht sehen. Ich weiß aber nicht, ob du über mir ja lauter bist. Weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt oben am Eingang von dem... ...der Schranke. Dann bist du noch... ...eine 100 Meter Luftweg über mir ungefähr. Okay. Bin ich auch nur mal getrunken? Ich will es da mal umräumen, hat ein bisschen länger gedauert. Laufenwechsel. Na klar. Ne, durch den Eingang gehe ich ehrlich gesagt nicht rein. Dann lieber durch ein Stück Zaun oder so. Ich bin jetzt am äußersten Zaun. Nur unterhalb der Heli-Plattform bin ich. Hm. Also an der Stelle. Oh mein Gott. Ich bin jetzt mal schnell das Dach hoch. Ja, ich bin durch den Zaun gebackt. Ich bin jetzt auf dem Dach oben. Auf dem Hauptdach. Ja. Oh Gott. Ich bin jetzt auf dem Dach oben. Auf dem Hauptdach. Oh Gott. Ich bin jetzt mal drinnen. Ich bin jetzt mal drinnen. Ich bin jetzt mal zu essen oder so. Die Heli-Pflichtkrette bei uns vorbei. Hä? Ja. Der ist gerade über uns. Na jetzt. Mit der Unterhöhre? Ich weiß nicht, der ist da langsam, aber... Mit der Urste. Ja, ich bin mal wieder oben. Dann die Leiter hoch. Dann. Jetzt auf innen rein. Ja, ich bin drinnen. Ja. Ah, Fieber weg, ne? Ja. Ich habe gerade meine Sniper ausgerüstet. Hm. So. Aber nicht auch. Hm. Hier ist so sonst keiner. Kommt mal an. So wie die Leute auf dem Krabbeln oder? Ah, da unten ist er noch die... Ah, jetzt kommen die Leute hoch. Oh, mehr sind da nicht. Ich bin auf die Leiter gegangen. Wo soll ich landen denn? Der hat einen auf dem Ghana sitzen, auf der rechten Seite. Okay. Und falls da jemand so rumfliegt hat, der weiß, dass er einen auf Schießkette. Warte mal, what? Ach so, auf der anderen Seite, ja. Nicht ja! Ja. So, ich kann das mal machen. Ja. Hm. Hi. Du drin? Ja. Warte. Ja. 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 Warte. Ja. Nicht hier. Zwei Dosen haben wir jetzt. Eine würde ich mitnehmen. Ein neuen Mack, na super. Oh, AK ESD. Ich will nicht. Äh. Sollte auch AK ESD nehmen und nicht die Starnak, die wir danach haben. Ähm. So. Weiter noch AK 2. Ja, ich gucke mal ne, ähm. Verracken, oder was ja schon. Jaja. G36K Licht hier noch in dem Haus drin. Hm. G17. Und ganz schön G17 Muni. Okay. Noch mehr G17 Muni. Hm. G17 Muni habe ich nicht recht wie im neuen, ne? Pff. So nur im neuen Max haben. Äh. Aber die sind halt so, zwei sind halb voll und eins ist fast leer. Ja. Aber ich hab drei leere. Ansonst. Braucht die in den neuen halt nicht unbedingt. Ich hab ja alles sein letztes. Ich hab ja alles sein letztes. Ich hab ja welche in den ersten Raum packen. Von der Baracke. Ich bin unten. Bei den Baracke. Ach so. Ach so. Ach so, die ist gut. Nicht hier, G36C, SD. Oh! Ja! Wenn ich schon eine Silence-Waffe hätte, würde ich wechseln. Becker hier, bitte. Gillesuit. Ah, tütütütütütüt. Dein Reifen. Äh, du hast... Welche Munition hast du? Die 100 Belt M240, oder? Ja, ich hab aber auch keinen Platz mehr. Ich hab schon 4 Belt, ich hab auch noch einen gefunden. Ja, ich hab... Das ist ein EPKM, ich muss mal gucken, ob das inzwischen gewesen wäre. Das ist ja leere, also das leere, aber nicht volle wegpacken können. Hier, das ist ne Gillesuit. Ja, schön. Eigentlich geil, aber nicht in die Sammlung. Voll! Gillesuit. Ah! Du hast nicht G36C, SD, oder so, ne? Ich hab jetzt auch nie irgendwo welche gesehen. Und wenn ich jetzt was fragen würde, ich geh da hin zu Verpulten hier. Nee, warum nicht AK-SD? Ähm, Starnak-SD? Nee, der war nur normale Starnak. Nee, dann... 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 Steht, Zombies. Okay, von mir aus können wir weiter. Wollen wir mal einen Blick in... Ding ins Reinwerfen? Ja, woanders können wir reden, nirgends von hier aus. Ich hab ja nicht gerade den von mir aufgefühlen. Das geht bei Ihnen. Hallo Fabi. Hallo. Noch Fragen? Ich schnuppere am Anus. Ja, ich mach. Sneef, Sneef. Sneef. Du schubst kleine Kinder vom Fahrrad und schnuppst am Satel. Ja, am Satel. Ja, am Satel. Leck. So, was drin? Theoretisch ja. AKS, M41C, Sie. Oh, nicht. Toll. So, jetzt werden wir mal markieren. Dann wächst nicht doch mal auf die PSO. Ich muss jetzt ein Stück weglaufen. Komm jetzt an die Probe ab. Ich stütze hier doch einfach irgendwo runter. Arsch. So. 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 steht er hat sich noch es kommt hier in die richtung na wo ist er denn jetzt hin da muss er eben vor der zwischen den tannen sein wo ist das bischen mädchen und an der baracke läuft gerade noch rum in der baracke also vor und nicht innen aber direkt vor der baracke läuft jetzt nach innen ich gehe mal um ein stück dort dann runter ich guck mal ob ich da noch etwas sehen kann sieht aber nicht so aus wirst du denn jetzt sagen 40 frage es war das jetzt der der 10 die richtung gekommen ist die drei jahre ich glaube nicht hätte man gesehen wenn er aus dem baum rausgegangen wäre irgendwo ich konnte das nicht sehen da waren noch bäume vor dem baum wo der hingelatscht ist ja ich habe ein stück wo kein zaun ist und kein baum ist also wenn er da durchgehalten durchgehen müssen da zieht er doch deine nähe zieht wo ist es gerade ein zombie gerannt da an der mauer da ist ein zombie gerannt gerade da noch ich guck mal hin wo sind sie denn jetzt alle hin da ja das kann sind das schöne grund aber so ist es so ist es so ist es so ist es da läuft einer mit dem weißen Jilly vom Bunker gerade zum rechten Haupteingang ja der ist da in den ja der wird sogar verschossen von jemandem wo ist der jetzt sehen wir eigentlich mal ah da läuft noch einer rum da läuft noch einer die sind jetzt beide da oder keine ahnung wo ich treffe na dieser blöde Strom ich weiß echt nicht wo ich einschlage keine Ahnung da jetzt ist da eine Leiche da ich kann nichts gar ändern da guck mal guck mal weiter kannst ja soweit schießen ja aber ich bin ungenau ich hab ne Silencer nochmal ja aber wie sag ich sehe bei mir überhaupt keine Einschläge von daher das hat für mich gute Katze der ist gerade hinter dem Bunker ich komm aber lieber mit als dass ich hier bleib ja 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 so wenn wir zu zweit unten sind wenn wir nicht auf einer Stelle rumhauen ich will halt meistens oben und guck mit Sniper wo Leute sind ja aber du hattest auch eine die was schießen kann ich werde nur ausgucken das wäre jetzt nicht gerade sehr hilfreich oh Gott hm 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 Oh Hm, wo kann es sein? Wo bist du? In der Baracke. Versuch einmal rumzulaufen. Am Medium-Eingang müsste eines sein, oder sind da gerade... Es gibt doch ein Medium-Gebäude, oder sind da jetzt gerade einfach aus irgendwelchen Gründen und zwar misgespawnt, das kann auch sein. Ja, da sind gerade irgendwie misgespawnt. Vielleicht hast du die ausgelöst. Halt die Fresse an. Okay, da sind wir misgespawnt. Ja, Muka sehe ich keinen. Ich weiß nicht, wo der hingerannt ist, Fein. Kann auch sein, dass der in den Bunker rein ist, aber konnte ich nicht sehen. Wahrscheinlich ist er in dem kleinen Raum da drin. Oh ja, da ist eine grüne Smoke. Da ist eine grüne Smoke im Bunker. Bunker? Okay, die sehe ich von hier erst gar nicht. Ne? Okay. Ach, hinter dem Bunker, okay. Ja, also im Bunker ist die gezündet, die zieht aber weg nach hinten. Achso, okay. Und wo? Osten. Vom Berghaus. Okay. Okay. Ich muss jetzt auch wieder weg. Ich weiß nicht, weil ich jetzt auch wieder weg. So, ja. Unterplatz. Okay. Also ich kann den Medium und den Eingang sehen, den Medium-Eingang, sowie den Bunker-Haupt-Eingang und so ein bisschen davor. Jetzt ist noch eine weiße Smolkotzen, ne? Na. Da war ein Zombie. Das ist doch nicht irgendwo. Kriegt man die denn so weit hoch, die Smolks von unten? Das weiß ich gar nicht. Du hast wieder mal da hoch geworfen, du kommst doch gar nicht so hoch. Ne, aber der kann ja oben gewesen sein, und die ihn da oben geworfen haben, also oben gelassen hat. Der ist ja nur reingerannt, der heißt nicht, dass der unten ist. Kann ja auch nicht im Raum sein, weil da unten sind immer noch diese Typen, oder? Ist ja nicht noch mal drauf. Ne Ahnung. Christoph. Ich hab nicht mal gelesen, wer das war. Ja, Christoph, irgendwas, aber der ist mehr drauf. Ne, ich hab nicht mehr drauf. Ne, ich hab nicht mehr drauf. Ich warte auf. Ach, ich bin halt drauf. Tja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, shit. No, come in. Oh. Oh, oh, oh. 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 Schade, ne? Vielleicht wird's hier... Cool. Ist aber da... Äh, das ist wirklich ne PKM, oder? Ach, schade. Na, machen wir es mal so. Ach, hau ab jetzt dann. Würde ich nicht. Schade. Ach, ich habe noch mal hier. Ich kann es dann. Ah ja, das nehmen wir mit. Das entgeht nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach in Ruhe. Kommst du hier hin gleich, weil ich muss ja immer mal kurz weg. Ich brauche auch, ich bin gerade in der IT-Armige ist. Ich habe aber ein Boot, wo ich rumfahren würde. Das ist Railway Station. Anstatt nur ein Becht zu latschen. Ich will keine Sniper. Ja. Ja, ich bin mal ganz zuckig. Ich muss die ganze Zeit auch machen. Das war zu halb Winkel. Ach, wie lange ist dieser Stachelgrad? Wie lange ist dieser Stachelgrad? Mein Gott, wie perfekt ich hier angekommen bin, ey. Lass mich überreben. Das ist ein Schuh dritt. Du kannst du eine Schuh dritt. Was bist du? Acheinen? Ich weiß gar 6. Es ist es. Dann ist der Lütsch. Genau, das ist unser Etara. Ich glaube, ich war der, das ist unser Etara. Jetzt springt. Hopp, hopp. Ach gesagt, jetzt war der Offenbar. 察ger, das ist besser. Und das ist besser. Und das ist besser. Das ist besser. Wir haben hier eine der ersten Söne. Das ist besser. Wir haben hier einen Friesgelz. Das ist besser. Ist egal, ich versuche. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. wir sind gerade im ich bin jetzt angekommen, sind wir schon an die Weizk mein Gott, an der Railway Station stehen jetzt schon 3 TBX ich bin unterwegs, 460 Meter ja hm, wir werden schon an der Geschisse dahin gehen hm, sehe es aber leider nicht ich habe keine Ahnung, wo die das noch schießen ich bin ich bin ich bin hm 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 ja ja hm 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 also am Hang, unten aber ziemlich weit unten danke ja 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 ich habe einen getötet ja, ich habe einen getötet die Mörder habe ich ich bin jetzt 5000 äh, läufst du gerade über den Aschehügel? nein, ich bin in einem Baum ok bei dem Aschehügel ist einer da in der Base drin, weißt du was ich mein? Aschehügel in der Base ja, ich weiß wo das ist dieses tiefdunkelgraue Ding da ist gerade einer drüber gelatscht Richtung von deiner Seite aus rechts oben der auf dem heil ist tot ja ich kann es gerade nicht richtig sehen ok ich bin er dich umgehauen ich geh mal dem Typ entgegen also Richtung Barackeneingang ähm da müssen aber irgendwo noch Leute sein auf jeden Fall ich bin da auf der Straße oben also auf diesem Feldwegding mhm ist ein bisschen niedriger Richtung Base ist oh, bist du ganz nach oben um einmal einen Hang? ich bin ich ich stimme eben auf am in so einer Tanne ja am hinter der Baracke ja ja ah, dann sehe ich dich gegenüber, ok musst du dort ja, ok irgendeiner schießt mit einer Silence so, ich weiß nicht wo ja da bist du ja, ich sehe dich ich bin gegenüber einem Baum ja wo hat der jetzt geschossen der könnte so im Hai sein der der halt gerade dort hinten lang gelatscht ist im Industrial Road? ja ja wo soll man jetzt? komm jetzt hör auf ja wo ist der Maelstrom noch hier? der hat nämlich gerade sich ein Feuergefecht mit dem neuen Neinen da geliefert hat der den nicht umgehauen? ja der 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 hat den neuen Neinen den Malustürmen oder nicht? ja, andersrum, oder? der Neinen ist doch gestorben und der Maelstrom hat geschrieben ja komm hierhin zurück als die sich hinter die Beschosser ausgerissen aber hat mich gegenüber da wo ich war ja, da ist auch noch zweiter anscheinend wo direkt? ja, ein bisschen weiter Richtung Barackeneingang aber nur ein bisschen aber die gleiche Höhe du bist immer noch oben gewesen, ne? ein bisschen? ja, gleiche Höhe immer noch na, ok, vielleicht kommen die jetzt dahin kann ich da was machen äh, das ist Nord Industrial vor ich sehe das nicht ja, sehe ich das leider nicht ja, also da unten boah, alter! was hat der denn gewesen? oah, hier ist noch ne DMR irgendwo aufm Hügel irgendwo schieß ne DMR hinter mir rechts aufm Hang mein Gott was ist da los? wer fährt denn einfach nicht wieder mit 200 km lang? das ist gut, ne? ja ich bin denn der Nitya Rami Gapes also, also, also wirklich an der Nitya Rami wär's nicht gegenüber nicht schießen ja, da glaubst du ja mal selber nicht und zu der Leiche geht keiner ja ja, ist doch nix toll hehehe ja der Einer war direkt daneben, ne? also, wirklich direkt daneben ja da könnte ich nichts geguckt haben draußen noch machen wo der Platz haben wollen würde weil der Speer waren direkt nebeneinander ja ja ich glaube, der gleiche Schwan ich bin trotzdem normal hey wo hat der Zweifel geschossen? oh, da hinten ist einer der Streifel hat sich gerade im Besatz verursacht naja, ey gerade einer von der Leiche wird verwandt Das ist so typisch. Das ist so typisch. Oh, da steht ne Karre. Da draußen du bist tot. Steig doch da aus. Man, jetzt wird der wieder hinterm Baum. Ah, natürlich haltest du nicht durch die Bank, du Arsch. Fuck, jetzt hab ich hier noch ein bisschen malz. Any Idiot. Oh ich, der fährt rein, jetzt schießen drei verschiedene Leute, mit dem er, einer vom anderen Hang und ich auf dem Herd. Ah, jetzt muss die Position wechseln, jetzt muss ich wahrscheinlich noch niemanden sehen. Ich bringe das natürlich keine Sicht mehr. Guck mal hier nochmal. Das war ein Slugs. Das ist nichts. Äh, oh, ist der Kamera. Ja. Oh. Wo, 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 wo ist der denn, der Schütze, den hab ich da jetzt mal ungehört. Ah, der ist so hinten, da siehst du jetzt nicht im Baum, ey. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn, 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 ich hab ihn. Ich hab ihn gesehen mit meiner Ocke und das. Entschuldige mich jetzt. Da hin. Ah. Ah, gut da, gut da, gut da, gut da. Der ist ein Schiff. Der ist ein Schiff. Der ist ein Schiff. Mein Gott, das sieht so blöd aus. Mein Gott, das ist so blöd aus. Oh, ein toller Wissen. Blöde Ställeberge sind blöd und steil. Blöde Ställeberge sind blöd aus. 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 Blödes Ställeberge sind blöd aus. mit einer dmr irgendwo hingelaufen ich weiß nicht ob das ist jetzt ich laufe einfach mal hier runter ja also ich guck gerade aufs industriell ich bin gehofft von der tanne hinterm industriell auch osten genau ganz osten dann müsstest du weiter nach nord gucken dann war da ja sicher sicher der Fahrrad so stahl dass ich runter gerutscht bin weiter ich habe ein pech das ist unfassbar wollt ihr mich verarschen oder was einfach hier sitzen und guck einfach nur da drauf die zombies hier ne das ist unfassbar geht doch weg von mir richtung norden ja da ist ja genau da das ist der dmr schütze den ich vorhin gesehen hat der ist irgendwo in den bäumen da direkt dran ne naja direkt daneben ne nord-osten exakt raus vom industriell her ja aber na 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 ja genau direkt da ich muss hier aufpassen ich bin mir gerade im berg runter gerutscht und hab mir bein gerufen nochmal ich kann nicht mehr wieder zurück ich komme im endeffekt genau dahin wo der ist nur von oben also du bist von nizia oder was ja ich bin genau von nizia oben gekommen die sollen mich verarschen oder was die rennen nirgendwo hin wenn jemand schießt aber zu mir kommen die immer die haben gar nicht geschossen bist du bei der straße da laufen zwei stück gerade die nidja die ja die nidra straße entlang richtung hier die da da wird in norinsk meine ich nur insk da zwei stück laufen da lang wo ist denn die mehr schützen hier ich guck mal ob ich die beiden erwischt die da weglaufen haben das gibt es nicht ich hab den doch getroffen dicker ja tot wieso hab ich den nicht getroffen alter das gibt es doch nicht das kann nicht wahr sein na ich bin raus ja ja hab eh kann das machen wird die die Vielen Dank.